Mahlzeit Mädels, während unser Video für heute erendert, haben wir ein Paket gekriegt vom Uwe. Ja, was Besonderes. Ich weiß nicht was drin ist, aber besonders ist auf jeden Fall, da waren wir DHL mal verschickt worden irgendwie und ist dann quer durch Europa gegangen. Da waren Luxemburg, da waren Frankreich, da war überall. Adresse zensiert, ist es hier angekommen. Ich bin schon echt gespannt was da drin ist. Ich auch. Und er auch. Er auch. Soll ich das wieder tun? So, ich übergebe die Kamera an Frau und dann gucken wir mal was passiert. Also ich glaube das wird nervig. Mit dem Hund jetzt, der geht natürlich ab jetzt schon. Oh oh. Nein Hund, das ist mein Paket. Ich habe hier ein spitzes Messer. Das ist das neue Moken Messer, das ist gefährlich. Ja, ne, abstecken wollen wir dich nicht. So, aus, Platz. Ich kaule ihn einfach einfach nebenbei auf. Geht. Weißt du, siehst du, wie das geht? Mhm. Aber ich habe auch beide Hände. Bobby. Nein Hund. Bobby, komm hierher. Nein Hund. Das ist mein Paket. Ich würde mal sagen, Kollege, jetzt hast du das für dich erledigt. Jetzt wirst du hier entfernt. Ja. Und weg bist du. Eins und zwei und weg in den Hund. War alles gut, Hund? Ja. So, jetzt haben wir es geschafft. So, gucken wir mal was ist da drin. Oh Herr. Ganz viel Sicherung, ich dachte, wir müssen es so machen, dass ihr das nicht sehen könnt. Nee, sonst war ganz normal so egal. Das ist doch doof. Warte mal. Das ist schon mal cool. Dann hatte ich für die Arzt ein kleines Kofi. Hey, da ist Essen drin. Das ist ein Fresspaket. Das ist ein pure Fresspaket. Das ist doch. Das Papier ist ... Ein Glas Spreeweißgurken. Junge? Die guten Schnubbys. Der A3. Echt ein richtiges Fresspaket, ey. Ohne Scheiß. Oh. Was ist das? Karmals in groß? Ja, hundertprozentig. Cool. Kaffee? Kaffee. Kaffee? Das ist so schlimm, als ich ein Fresspaket vor, ne? Mhm. Mischmasch. Cola-orange Limonade. Ach, von Fritz ist sie. Die kenne ich auch. In Hamburg sind die. Keine. Mischmasch. 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 Einen Kuchen. Mischmasch. 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 Essen. Mischmasch. In den Fresspaket kommen wir wieder in der Woche hin. Lieber. Was? Ich muss zum Ofen. Essen ist ja drin, net? Scheiße. Warte mal. Ich sag schon mal Dankeschön, wieder haufenweise zu Essen. 벌써Milli. Wie gesagt. Der Hund, der Hund. Hast du auch. Oh, oh, oh. Die macht damit so schöne Hackrollchen? Nein, Hund? Aha. Gut, er ist abgelenkt. Ist schon gedeckt hier. Das ist unser Mittagessen hier. Wisst ihr Bescheid? Oh, die kann man sich genauso beschlagen wie mit einer Brille. Danke, Uwe. Dein Fresspaket wird auf jeden Fall sehr fressend. Fresspaket aller Westpaket, ne? Bobby. Gut, danke. Bis dann. Munter. Morgen. Nochmal, Uwe 2.0. Kann ich jetzt in einem Video packen, weil ich es so langsam aber bin hochladen. Hier ist wieder das gute Brachelmannwässer. Messer, Messer, Messer. Äh, warte mal. Es ist ein Messer, Messer. Kein Revolver, aber ich tüle das mal eben auf. Hier gibt es wieder ein Fresspaket. Der ist der Arm, der gerettet wird. Wir haben das Thema heute gehabt. Die kam heute bei mir an, hat sich beschwert. Wir haben nichts zu essen da. Ich sollte einkaufen gehen. Ich habe das für die Paket. So wie ich halt so bin, weil ich mit dem Polo oben gekaspart habe. Der dreht wieder ab. Der ist wieder... Bei einem ist das ein Fresspaket. Ich glaube, das ist nicht... Ich fahre auch nicht für diesen Hund. So, guck. Ich muss eben hier mal den. Ein Messer ist schon geil, ne? Aber das ist hier ein Sägemesser. Kannst dich super durchsägen. So ein Typ wie mir ist ein Messer in der Hand drücken. Nee, das stimmt. Ich bin eigentlich nur die zweite Person dafür. Egal. Das geht. So. Ich fahre schon wieder Fresspaket. Ich packe meine Fresspaket. Dann werden wir in die Scheide hier rein. Sonst haben wir gleich ein Hundesteak. So. Ich mache es mal so, dass ihr das nicht sehen könnt. Ich sehe wieder Fressalien. Es gibt Fressalien. Bobby. Uze. Das Mini-Brezeln. Nein, wirst du nicht. Einmal Mini-Brezeln von Ja. Nicht von Nein, sondern von Ja. Ach, das ist... Jetzt sieh zu da. Mein Arm ist gerettet. Nicht so ungeduldig. Keine Geduld zu mir. Den musst du aber haben. Nee. Einmal nochmal spanische Orange. Tee. Tee. Ich sag ja, das ist immer Fresspakete. Aber es ist gut. Ich seh jetzt schon, was kommt noch. Hustenbonbons. Der hat alles. Grund auf. Alter, wie kommt denn jetzt? Bauernbrot-Backmischung. Hier ist das. Das ist morgen Backen. Uh. Ich meine, Uwe gibt es eigentlich alles. Also. Dann haben wir nochmal. Dinkel-Spätzchen-Mehl. Da kenne ich mich ja gar nicht mit aus. Und wenn der Hund es da reinbeißt, hat das eine schlechte Sache. Mh, deswegen passt man lieber weg. Ist so. So. Jetzt kommt das Wichtige. Das Wichtige Zeug. Das ist das gute Miehlbier. Ja, klar mal. Packt die auch alle einzeln aus. Aber ja, die... So. Ach, das ist wieder Fritz. Das ist wieder das Fritz. Fritz Limo. Die kenne ich gar nicht. Nee. Ich kenne nur Fritz Cola. Und die mache ich nicht so gerne eigentlich. Du? Habe ich noch nie getrunken. Ne? Das ist so ein Bier und Zeug. Da wird doch ein High-Tech-Bäcker, der ist zum Prüfstücken. Das ist eine Eingesorne. Das war auch. Fritz Cola Holunder. Das ist Kirsche, du Idiot. Holunder Kirsche? Ja. Nicht Cola. Fortgehör, Pfandgehör daneben. Na gucken, haben sie wahrscheinlich jetzt noch die Cola, oder was haben die jetzt da? Wollen wir aufpassen. Kommt Fritz nicht aus Bremen? Nee. Oh, geil. Ja, hier. Die denke ich an dich. Dankeschön. Bier. Bier. Das ist wieder ihr Zeug. Habe ich nicht mit gerechnet, du? Nee. Wahrscheinlich hat er das... Oh nein, das ist auch in der grünen Flasche. Wahrscheinlich hat er nur die Socken gemacht, die er hier auch macht. Aber die kenne ich nämlich nicht. Und die Cola ist nicht so geil, wie gesagt. Oh, noch eins. Wiebke und ich. Wiebke, unser Abend ist gerettet. Bier von zwei. Mein Abend ist auch gerettet. Ja? Den jetziger Videoschneiderabend. Ich hab'n schönen Schnapp amnächst. Du bist ja auch nicht fett genug. Nein, bin ich nicht. Jetzt bin ich nicht. Hallo, ich seh' dich nicht, wenn das Paket vor deiner Nase ist. Echt jetzt? Gut. Ey, Uwe, danke für die beiden Pakete. Wie gesagt, tüdel ich in zwei Videos rein. Äh, nee, in ein Video rein. Passt ja ganz gut. Ich wusste noch ein zweites von dir gekommen. Hast du ja gesagt. Danke für die Fresspakete. Das ist ein Westpaket. So wie es früher in den Osten gewesen ist. Jetzt in Westmarken geht in den Osten. Dankeschön. Hundertprozentig. Ja, scheiße. Jetzt ist sie schon wieder auf Bier, die Frau. Gut. Ey, danke dir, Alter. Hundertprozentig. Hier hast du die Kiste, Hund. Viel Spaß damit. Weißt du was? Gibt das nicht hier Hundespielzeug so in Kistenform? Nee. Beobacht mir doch mal ein bisschen. Das ist immer interessant. Ja, ich muss dir auch seine Temperkeit zeigen, ne? Die Baby. Ja. Ja, da, die Kiste doch. So, guck mal, macht der da. Ich kann mir vorstellen, was er mal schreiben will. Ja, was ist denn da? Ja, siehst du? Ja, nee, die Kiste. Hier, kann man nicht packen, ne? Ja, siehst du? Aua, da haben wir einen Zeh. Was hat der vor? Nee, nee, lass mal. Den guten DRL-Box, die kommen wir aus, Use. Die können wir immer noch verbrauchen. Verstören. Die können wir auch gebrauchen zum Versenden spielen. Aber die sind echt gut. Gut, Uwe. Danke dir. Nee, Uwe. Uwe und Claudia, kann man mal sagen. Weil ich kann wetten davon, Uwe nicht alleine. Weil, ne? Auf Bauernbrotmischung, ich weiß nicht, Uwe, Bauernbrot. Nein. Pass auf, pack es weg, sonst weißt du da rein. Backmischung, Backzutaten und Backanleitung, Bier. Nee, 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 und? Hab dich. Das ist alles von einfach. Das ist tatsächlich, das ist komplett, ne? Machst du ein bisschen Hefe dazu? Ja, da musst du ein bisschen was zupacken. Puh, das ist halt. Wir backen bald mal Brot. Sehr schön. Gut. Gut. Claudia und Uwe. Ne, Uwe, Claudia muss sich in der Essay ablesen, bin ich ehrlich. Danke euch. Euch noch einen schönen Abend, Tag, was ihr heute noch macht. Und hier haut rein. Und Hund, du musst das Heißband wieder ummachen. So. Haut rein. Danke. Und mein Arm ist gerettet. Ich glaube, ihrer jetzt auch. Ja. Munter. Jo, tschü. 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 Bis dah.